bei Jimmy Kimmel live zu Gast. Sheen forderte seine Gegner erneut heraus, sich die Fakten anzusehen über World Trade Center Nummer 7 und die fünf Einzelbilder vom Pentagon. Aus Hollywood, Jimmy Kimmel live. Mein erster Gast heute Abend ist nicht nur Teil der weltbekannten Schauspielerfamilie Sheen, sondern auch das Genie hinter dem lukrativen Afro-Sheen-Imperium. Man kennt ihn aus Filmen wie Platoon und Wall Street und er ist jede Woche zu sehen in der Serie Zweieinhalb Männer. Heute läuft außerdem der Film Scary Movie 4 an, in dem er mitspielt. Bitte heißen Sie willkommen den unzerstörbaren Charlie Sheen. Fröhliche Fast-Ostern, die auch. Du machtest einige interessante Aussagen. Du warst bei einer Radioshow zu Gast und redetest über 9-11 und ist es eine Theorie oder glaubst du einfach nicht die Erklärung der Regierung darüber, was an 9-11 geschah? Ich hatte Fragen, eine Menge Fragen. Ich entschloss mich, diese Fragen in der Alex Jones Radioshow öffentlich zu stellen, denn ich verfolge seine Arbeit seit vielen Jahren. Ich wurde angegriffen. Es gab eine Menge Verrisse. Ja, die Leute werden sehr wütend, wenn Prominente eine Meinung haben. Ich weiß, ich weiß. Er ist nicht qualifiziert. Wer zur Hölle ist er, dass er eine Meinung äußert über etwas so Schreckliches? Es war traurig, denn sie sahen sich nichts von den Dingen an, auf die ich sie hingewiesen hatte. Die ganzen Beweise, die zu meinen Fragen geführt hatten. Sie sagten, ich wäre nur ein weiterer durchgeknallter Hollywood-Clown. Ich bin der Überzeugung, dass ich die einzigen notwendigen Voraussetzungen hatte. Ich bin ein steuernzahlender Amerikaner, der sein Land liebt. Es ist etwas, worüber du nachdenkst und worüber du mehr wissen willst. Hast du die Bänder studiert, oder? Ich habe eine Menge Nachforschungen betrieben. Nicht nur ich, die ganzen Leute, die das vor mir gemacht haben. Die Experten, die Ingenieure, die Physiker, die Wissenschaftler und Professoren, die diese Themen behandelt haben. Ich habe mir deren Nachforschungen angesehen und gesagt, ja, so viele Aspekte der offiziellen Version halten nicht stand. Deshalb entstanden diese Fragen. Zwei Bereiche. WTC 7 und die fünf Einzelwörter vom Pentagon. Betreiben Sie Ihre eigenen Nachforschungen. Was ist mit den Zeiten in diesem Land passiert, in denen wir ein verfassungsmäßiges und gottgegebenes Recht hatten, neugierig zu sein über Dinge, die keinen Sinn ergeben? Viele Kabel-TV-Sendungen brauchen Themen, über die sie sich aufregen können. Über dich können sie eine ganze Woche lang schreien. Außerdem, da dein Vater ja der Präsident ist, fällt der Fokus auf dich. Ich hätte mich mit ihm absprechen sollen, bevor ich an die Öffentlichkeit ging. Wochen nach Sheens Auftritt im landesweiten Fernsehen, veröffentlichte die Bundesregierung zwei neue Videos vom Pentagon-Anschlag, die fast identisch sind mit den vor vier Jahren veröffentlichten Einzelbildern. Wir müssen uns die Frage stellen, wie das Pentagon angegriffen werden konnte, das im Prinzip bestbewachteste Gebäude der Welt. Wir müssen die Einzelbilder eines Überwachungskamerabandes von diesem Tag betrachten. Angeblich kracht ein Passagierflugzeug in die Seite des Pentagons, aber auf den Bildern zieht es eher nach einer Lenkrakete aus. Die Establishment-Medien waren hoch erfreut, als wenn die neuen Bänder ihre Behauptungen schlüssig beweisen würden. Die andere Top-Story heute Abend. Das Pentagon veröffentlicht das erste Video, das den Crash von American Airlines Flug 77 ins Pentagon-Gebäude an 9-11 zeigt. Die Frage beweist dies ein für alle Mal, dass dieses Flugzeug dort abgestürzt war. Ich dachte, dass es eigentlich nie in Frage gestellt werden würde. Manche Leute stellen diese Frage, und ich denke, dass diese Frage jetzt ein für alle Mal beantwortet ist. Seit den ersten paar Tagen nach 9-11 hat sich die Establishment-Presse nur auf die Pentagon-Kontroverse konzentriert und ignorierte hunderte von Beweisen und wichtigen Fragen. Wir müssen uns fragen, warum. Als wäre es genauso geplant gewesen. Die neuen Pentagon-Videos werden die Debatten anheizen. Kein Passagierflugzeug ist auf den Bändern zu erkennen. Die Massenmedien werden sich sehr gerne endlos auf das Pentagon konzentrieren, aber sie werden das Thema WTC 7 nicht anrühren. Unglaublich. Unglaublich ist das richtige Wort. Zum dritten Mal heute. Es erinnert an die Bilder, die wir schon so oft im Fernsehen gesehen haben, wenn ein Gebäude durch gut platziertes Dynamit zum Einsturz gebracht wird.